Obwohl das Geräusch leise und durch das Rascheln des Windes in den Büschen kaum zu hören war, schlug Answin die Augen auf und blinzelte. Einen Moment lang verharrte er bewegungslos, bevor er die Laute erneut vernahm. Schritte, aber nicht auf dem Boden. Es dauerte nur wenige Sekunden, bevor er deutlich hören konnte, wie jemand von der Stadtmauer auf das angrenzende Dach sprang und sich von dort hinunterließ. War es wieder einer dieser Tage? fragte sich Answin. Als er die Gestalt mit dem breiten Hut sah, bestätigte sich seine Vermutung. Das hieß, es war mal wieder Zeit für seine kleine Belohnung des Monats. Oder der Woche. Answin schüttelte den Kopf. Er war einfach nicht gut mit Zeit. Er wollte sich gerade bemerkbar machen, als die Gestalt mit schnellen, langen Schritten in der Dunkelheit verschwand. Moment. Moment. Das war so nicht abgemacht. Das Geschäft sah etwas vollkommen anderes vor. Wo war seine Belohnung? Answin bog gerade in eine dunkle Gasse ein, als ihm nach einigen Schritten plötzlich der Weg versperrt wurde. Drei schmale Jungen in zerrissenen, schmutzigen Kleidern standen vor ihm. Answins Augen verengten sich, als er das schartige Messer in der Hand des einen aufblitzen sah. Er hatte keine Zeit für derlei Ablenkungen. Er hielt auf die kleine Bande von Straßenjungen zu und unterstrich seine Entschlossenheit mit einem Schnauben. Der Junge mit dem Messer machte einen Schritt zurück. Er wusste nicht, dass du es bist, flüsterte der Junge und senkte die Klinge. Answin besah sich den Knaben kritisch. Er hatte schon oft mit der Bande einige der besseren Abfeilhaufen geteilt. Und schon zu Beginn hatte er deutlich klargemacht, dass man besser die Finger von ihm ließ. Um diesen Punkt noch einmal zu verdeutlichen, behielt er die Jungen im Auge, bis er an ihnen vorbei war. In den Gassen Garitz gab es viele hungrige Mäuler. Es war wichtig, dass man seine Stellung klar machte und vor allem, dass man keine Angst zeigte. Es war wichtig, dass man seine Stellung klar machte und vor allem, dass man seine Stellung klar machte und vor allem, dass man seine Stellung klar machte.